Jetzt habe ich gedacht, es ist wie ein Holocron. War es aber nicht. Jo. Oh. Ja. Natürlich müssen wir hier oben... Yeah, was war das denn für ein Slide? Hopp! Äh, müssen wir hier wieder... Nein. Na nun. So, müssen wir wieder machen. Damit wir noch eine Etage tiefer kommen. Scheint wohl so. Und was wartet hier auf uns? Ich trinke mal in Ruhe einen Schluck. Ah ja. Ich sehe es ja gerade. Ähm, wir bauen unser Lichtschwert voll aus. Nächster Rang. Lichtschwertschein wird gesteigert. Lichtschwertschwungangriffe werden freigeschaltet. Okay. Mach mal Upgrade. Du hast diese Kraft gemeistert. Das ist sehr schön. Ich mag die nicht. So, komm, erstmal dein Schild weg. Smash! So. Oh, oh. Oh, der haut böse rein. So, die Bälle schleudern wir einfach auf ihn zurück. Oh yeah. So, komm, einmal noch. Hervorragend. Damit wäre der Erste erledigt. Wo der Nebel oder was auch immer das ist, sein soll, geht mir gerade ein bisschen auf den Fiss. Denn ich sehe nun. Könnte. Noch einer. Und Akkulüten. Ich hasse Akkulüten. Blablabla. Falt Richtung, Junge. Ich stehe hinter dir. Ach, der macht die Tür. Ach, das ist ja ein Ekelpaket. Glaub ich das denn? Angriff. Jetzt gibt es hier richtig Angriff. Freundchen. Freundschwüschu. So, erster Akkulüten. Erledigt. Zweiter ist wo? Seht ihr ihn? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Hallo. Ach, Mann. Yeah. Wo ist er? So, Schildchen weg, mein Freund. So, jetzt schieß mal fleißig. Zack. Ja, komm, nur nicht auf dumme Gedanken. So, zweimal eingefroren. Oder was auch immer das ist. In Starre. Und jetzt müsste es eigentlich... Ja. Yeah. So, den Dreh habe ich so langsam raus, wie ich die Wieser hier relativ einfach besiege. Schöne Sache. Aber hier könnten ja überall Holokrons sein. Hier gibt es ja auch noch obere Etagen. Wo ich jetzt unbedingt mal vorbeigucken möchte. Denn so viel Zeit muss sein. Holokrons Nehme ich natürlich gerne mit. Wobei hier jetzt allerdings keiner ist. Schade. Ja, auch nicht. Und hier kamen wir ja her. Na gut. Dann ist hier halt ausnahmsweise mal nichts. Kamen wir von so weit hin tatsächlich. Eigentlich nicht, aber trotzdem. So, hier müssen wir einfach nur mal ein bisschen... ...aufräumen. Ne, nun, ne. Leute. Das war ja ernst. Ja, ja, ja. Zack. So. Mann, 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 Mann. Ein Autosavepoint. Hier ist es mir aber ein bisschen zu ruhig. Ich geh der fette Jabba. Jabba the Hut. Oder Jabba der Hood. Auf Deutsch. Hallo? Hallo? Da ist es mir wieder jemand. Das ist aber nett. Äh, noch so ein Ekel. Ach so, das ist jetzt... Ja. Ja. Boah, ist das eine beschissene Kamera. Ich glaube, wir müssen jetzt die Bahn hier beschützen. Jetzt sind wir auf dem Zug und sie sind festgebacken. Oder wie? Jetzt nicht mehr. Bahn. Ja, wir müssen jetzt die Bahn hier beschützen. Aha. Boah. Wow. Shit. Shit, ich bin zu langsam. Ich sehe die auch ganz schlecht. Weil mich hinten dieser Bau total irritiert. Naja, gut. Die Bahn hat ein bisschen Schaden genommen. Mein Controller, die kliniert ein tolles Programm. Gerade. Prima. Ich freue mich. Das muss ich machen. Wer LT blockst. Mach ich. Okay. Okay. Gut. Guck mir mehr. Guck mir mehr. Okay. Okay. Ja, mit der Bahn sieht es irgendwie nicht ganz so gut aus. Ich hoffe, das schaffen wir. Ich denke, wir brauchen noch eine Angriffswelle. Jawohl. Puh. Boah. Das war knapp. Ja, wir haben es geschafft. Das war knapp. Das war knapp. Respekt. So, damit hätten wir das erste Ziel erreicht. Und zwar die Bahn zu bekommen rechtzeitig. Hallo. Sehr gut. Da hinten landen neue Truppen. Gut. Haben wir ein neues, aktuelles Ziel. Kämpfe die bis zur Arena vor. Okay. Ach, du Kacke. Bäm. Jetzt guckt ihr alle blöd. Jetzt guckt ihr alle blöd. So, und so, und so, und so, und so, und so, und du gehst auch fliegen. Jetzt guck' ich guck. so jetzt nehme ich wieder stöckchen ab war schon moment so und jetzt auch noch einer ist aber gut oder jetzt aber was er hier vollen abflug macht voll lustig hier scheint es runter zu gehen hier rein geht es nicht holocron das war dann reiner zufall dass ich den holocron noch gefunden habe das war ja der anfang hier müssen wir lang so fleißig a drücken kaputt boah tie fighter seid ihr noch ganz frisch ach so fernschützen kann ja nicht blocken die alten penner wo schild weg kollege zügig wenn ich bitten darf nein nicht deinen blöden strahl ich bin eindeutig zu nah dran für diese hier sind die scharfschützen verdammt gleich kaputt dann machen wir es halt boah mit dem klassiker mit den blitzen ich muss mich ständig drehen das ist scheiße jetzt endlich mal muss ich natürlich aufpassen wo kannst du mal auf boah man ey wie schnell ist der bitte puh das ist natürlich blöd die fangen erst an ihre 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 krypto bälle oder wie auch immer ich das nennen soll zu verschießen wenn wir in einer entsprechenden entfernung sind ansonsten machen die ständig nur ihre wo geht die immer fliegen bitte gleich mit der fall so puh okay das war nicht ganz so leicht aber auch das haben wir knapp überstanden ja 1000 credits für den mann der mich schnappt bla 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 wir brauchen hier hilfe soldaten verfolgt ihn erstmal das ganze kleinvier zum möbel wir brauchen hier hilfe so jetzt langs mir den mist habe ich keinen bock so ihr seht die anzeige unten die lehrt sich jetzt so langsam aber sicher bis sie halt einfach leer ist und dann müssen wir sie wieder neu auffüllen was glaube ich wenn ich das richtig in erinnerung habe oder beziehungsweise richtig gelesen habe dauert das eine ganze weile boah ich hasse scharfschützen was die nicht entkommen was die nicht entkommen